was habe ich georg getötet nein oder georg wurde von jemand andern gekillt die haben wir auch nicht mit braunen Klamotten durch die Gegend gelaufen das war ich wirklich gut 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 Tut mir leid Das Einzige was wir jetzt machen können Chat ist gerade stehen dafür Habt ihr einen Namen gesehen? Chat? Habt ihr einen Namen gesehen? Aber ich hab keinen Namen gesehen Der wird nicht auf der Distanz angezeigt, oder? Ich hab mir das gerade geschrieben, Chat Das war mein allererstes Mal, dass ich ein Teammate auf langer Distanz beobachtet habe Und ich bin, ich bin, ich schwöre euch, Chat Ich bin davon ausgegangen, dass der Name mir angezeigt wird Sonst hätte ich nicht weiter auf ihn geschossen Plus, Georg hatte doch voll das krasse Raid-Equipment an Und der war einfach nur braun, als wenn er Burlap-Sack Sachen trägt Das hat mich richtig verwirrt Heißt das, entweder bei meiner Low-Grafik oder bei Rust allgemein Wird aus irgendeinem Grund die Kleidung ausgeblendet dann auf langer Distanz Ich, ich, Chat, wir lernen gerade was über PvP Das ist das erste Mal PvP auf den Server hier Oh Mann, es tut mir leid, wirklich Aber ja, wir bewachen den Chat, ja? Das ist das Mindeste, was er tun kann Aber ich hab gesehen, dass Georg zurückschießen wollte Möcht' ich anmerken Oder, 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 oder was ich unsicher, ob nicht ich es bin Wollt nicht weiter machen Da war jemand gerade Glaub ich Wer hat Das ist nicht Georg, oder? Doch, es ist Chris, es ist Chris Oh Auch dead Oh Okay Nun, ich, ehrlich gesagt, dachte ich Oh Fuck Jetzt hab ich nur meine Teammates umgebracht? Fuck man Damit nicht, dass es auch ein Teammate war Pull and Drop ist auf jeden Fall existent auf der Distanz Wenn er sich ankündigt, knall ich ihn nicht ab So, niemand von denen ist Georg, richtig? Georg kommt jetzt von dort angelaufen Georg ist das Das ist Georg Das ist Georg Wollte Mr. Wolfscott besnipen. Er ist auch nur beim Jigglen. Also der will keinen sicheren Schüssel setzen. Wurde checken ob jemand Georg bedroht. Da ist Georg an seiner Leiche. Ich hab halt so wenig Winkel auf denen ich pieken kann. Ich glaube ich brauche einen Laser für den Sway. Ich hab halt so wenig gera来. Er hat alle, so gut geht. Ich hab halt so wenig Maal. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Ihr seid genau Pachtender. Wir haben die Schleswig-Gier. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. das war jetzt nicht chris oder jörg hat geschrieben gegner an meiner leiche ich glaube die hv munition ist leer ja die munition fliegt anders als die andere ich habe jetzt probleme fort zu aimen ok das ist chris auf den ich geschossen habe sehr gut dass ich nicht getroffen habe schön dass chris das jetzt schreibt chris reitet ich lasse jetzt einfach auf mich zukommen da heißt der sniper wir tun so als wenn wir nicht gesehen hätten chat das ist wichtig wenn man gegen snipers kämpft das ist immer auch der gleiche von gerade eben und da drüben wird jetzt auf mich geschossen das wurde ermordet fuck mein scheiß ak spray war nicht gut genug rip das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020